Während die Politiker blockieren, sind die Schriftsteller längst aktiv geworden. Über 50 Intellektuelle fordern jetzt im Spiegel Asyl für Edward Snowden. Vor Wochen schon haben sie in einem offenen Brief deutsche Schriftsteller von der Bundeskanzlerin Aufklärung in der PRISM-Affäre gefordert. Und den hatten über 70.000 Menschen unterschrieben. Initiiert hat das eine, die sich besonders gut auskennt, zum Thema Überwachungsstaat. Die Schriftstellerin Juli C., die auch Juristin ist. Guten Abend, Frau C. Guten Abend. Wie sehen Sie das? Soll man Snowden Asyl gewähren oder nicht? Natürlich hege ich persönlich sehr große Sympathien für Edward Snowden. Und ich wünsche mir auch, dass er eines Tages ein einigermaßen normales, vor allem sicheres Leben wieder führen kann. Aber der etwas aufgeregten Debatte der letzten Tage um das Thema Asyl für Snowden oder nicht, würde ich doch gerne den Stachel ziehen. Denn es ist ja nun gar nicht so, dass Snowden den Wunsch geäußert hätte, unbedingt nach Deutschland zu kommen. Im Gegenteil hat sein Anwalt sogar davon abgeraten, ausgerechnet Deutschland als Aufenthaltsland zu wählen. Es ist also eine Debatte, die eigentlich an der aktuellen Sachlage, an den Wünschen von Snowden völlig vorbeigeht. Und mein Eindruck ist, dass da doch einige Politiker sich auch ein bisschen profilieren, indem sie quasi am Snowdenschen Heldentum partizipieren wollen. Es heisst sogar, dass wenn Snowden tatsächlich Asyl bekäme, das transatlantische Bündnis dann gefährdet wäre. Zumindest sehen das führende Vertreter der Regierung so. Was halten Sie von dieser Verknüpfung? Die ist meines Erachtens richtig. Wir müssen oder müssten damit rechnen, dass wenn wir Snowden bei uns aufnehmen, ihm Asyl gewähren, das zu massiven Verstimmungen führen würde in den transatlantischen Beziehungen. Gerade deswegen würde ich auch eher dafür plädieren, jetzt weniger über Snowden und Asyl zu sprechen, sondern doch vielleicht das eigentliche Problem mal offen zu legen und die Frage zu diskutieren, weil um die geht es eigentlich, inwieweit kann, muss, soll sich eigentlich Deutschland und auch Europa in seinen Entscheidungen von Amerika emanzipieren. Denn das ist es, was wir eigentlich noch nicht ausdiskutiert haben. Und mit was für einer Haltung müssten wir da in diese Diskussion einsteigen, Ihrer Meinung nach? Ich habe den Eindruck, dass unsere Beziehungen zu Amerika noch immer stark unter der Prämisse des 20. Jahrhunderts stehen. Also wir betrachten Amerika als eine Schutzmacht. Das wird auf der anderen Seite genauso gesehen. Wir verdanken den USA viel. Ich plädiere absolut nicht dafür, das in irgendeiner Weise zu vergessen. Aber wir leben nicht mehr im Kalten Krieg. Das 21. Jahrhundert ist angebrochen. Und wir stehen vor globalen Herausforderungen, die verlangen, dass wir wirklich partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und das bedeutet auf Augenhöhe. Und es sieht eben nicht so aus in einer Partnerschaft, dass einer entscheidet und alle anderen laufen hinterher. Und es sieht auch nicht so aus, dass man Partner quasi wie Feinde behandelt, was jetzt im Zuge dieser Überwachungsaffäre ja doch mehr als deutlich geworden ist. Neben Norden beschäftigt uns ja auch die digitale Nachrüstungsdebatte. Muss Deutschland, müssen die Europäer digital nachrüsten? Deutschland ist tatsächlich in digitaler Hinsicht ein ziemliches Entwicklungsland. Also da gilt es, Hausaufgaben zu machen. Und zwar aus meiner Sicht jetzt gar nicht so sehr, um Überwachung von uns abzuwenden. Da wären andere Dinge wichtiger, die man tun müsste. Sondern einfach, um technologisch, standortmäßig, kommunikativ in jeder Hinsicht gerüstet zu sein für die Anforderungen von Gegenwart und Zukunft. Also in Deutschland gibt es schlechte Internetabdeckung. Es gibt kaum digitale Infrastruktur. Wir haben da einfach gründlich was verschlafen. Sie fordern ja sogar ein Internetministerium. Warum? Ich meine das wirklich ernst. Manche Leute lächeln, wenn man davon spricht, als würde das noch so ein bisschen nach Science Fiction klingen. Aber ich würde doch einfach sagen, das, was wir unter dem Schlagwort Internet betiteln, also das Kommunikationszeitalter, ist etwas, das Gegenwart und Zukunft so massiv prägt, dass es eigentlich eine Farce ist, dass es in der Politik nicht wirklich zuständige Ansprechpartner dafür gibt. Aber was könnte denn dieses Internetministerium regeln, was wir heute noch nicht regeln können? Es könnte zum Beispiel, worüber wir gerade gesprochen haben, sich Gedanken darüber machen, was genau an Rückständigkeiten aufzuholen ist beim Thema Infrastruktur. Es wäre natürlich auch ein Ansprechpartner für solche Fragen wie, was für eine Sorte von Überwachung findet wo statt, was kann man dagegen unternehmen. Es gibt das ganz große Feld des digitalen Verbraucherschutzes. Auch da sind Hausaufgaben zu machen. Und das ist momentan alles so ein bisschen zwischen verschiedenen Ressorts verteilt. Ich glaube, das würde dem Thema sehr gut tun, wenn man auch fähige, kenntnisreiche Leute hätte, die in einer zuständigen Abteilung sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Die Smartphone-Technik, das ist jetzt so ein typisches Beispiel, macht uns ja auch vor, wie einfach es zum Beispiel ist, die Sprache in Text umzuwandeln. Man ahnt also, was Geheimdienste für Möglichkeiten haben. Alles ist machbar. Wie schaffen wir es denn jetzt diesbezüglich zum Beispiel Grenzen zu setzen? Meines Erachtens ist diese Frage in Wahrheit einfacher, als man immer denkt. Diese Haltung zu sagen, technologischer Fortschritt, das ist so eine Art Naturgewalt, dem kann man nichts entgegensetzen. Die Geheimdienste machen sowieso, was sie wollen. Das läuft doch alles irgendwie schon immer so. Das ist eine absolut resignative und meines Erachtens falsche Einstellung. Was wir brauchen, ist eine politische Selbstermächtigung und dafür erstmal politischen Willen. Denn wir dürfen nicht vergessen, unsere Bundesregierung hat in den letzten Monaten mehr als deutlich gezeigt, dass sie mit Überwachung im Grunde einverstanden ist. Der Moment, wo Angela Merkel anfing zu protestieren, war der, in dem ihr eigenes Handy betroffen war. Wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass eigentlich diese Form der Ausspähung dem politischen Willen unserer Regierung entspricht. Und wir als Volk stehen in der Verantwortung, das zu ändern. Wir müssen die Politiker dazu auffordern, einen Meinungswandel zu vollziehen. Das wird schwer. Natürlich wird es nicht einfach. Und ich finde es auch wichtig zu wissen, dass wir nicht mit einer Frage konfrontiert sind, wo man zwei, drei Knöpfe drückt und dann sind alle Probleme gelöst. Sondern wir sind mit einem Themenkomplex konfrontiert, der ist ähnlich groß und differenziert, wie das vielleicht der Umweltschutz war im 20. Jahrhundert, als Korrektiv zur industriellen Revolution. Die Kommunikationsrevolution, die technologische Revolution ist genauso einschneidend für unsere Gesellschaften. Und es ist völlig klar, dass wir einen jahrelangen Diskurs brauchen werden, um bewusstseinsmäßig diesen Entwicklungen hinterher zu kommen. Aber das heißt nicht, das geht nicht. Sondern das heißt, wir müssen es genau jetzt mit aller Kraft beginnen. Vielleicht noch ganz kurz. Es geht ja in dieser ganzen Debatte auch darum, unsere Privatsphäre zu schützen. Warum ist es wichtig, Geheimnisse zu haben? Es ist lustig, dass Sie das überhaupt fragen. Ich finde das so selbstverständlich. Also man muss sich doch nur mal angucken, wie ein Mensch sich entwickelt. Wir fangen im Alter von fünf, sechs Jahren schon an, Verstecke zu bauen, in die wir unsere Lieblingsspielsachen tun. Wir schreiben irgendwann als Jugendliche Tagebuch und verstecken das unterm Kopfkissen. Das Bilden von Geheimnissen ist die absolute Essenz der Menschwerdung. Das hat was mit unserer Identität zu tun, mit dem, was wir sind. Wir brauchen das notwendig, um ich sagen zu können. Ein Mensch, der keine Geheimnisse hat, hat eigentlich keine Grenzen. Der ist nicht integer, also keine Integrität mehr. Das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Deswegen gibt es ja die Idee der Menschenwürde. Und deswegen müssen wir auch dafür kämpfen. Das würde ich so sehen. Julice, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne.